Von Stay-at-home zum neuen Corona-Alltag. Was bedeutet das für chronische Wunden und deren Versorgung? Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Draco-Videoblogs. Wir kennen uns ja mittlerweile schon. Ich bin Jenny, ich bin eine von den Moderatorinnen in der professionellen Wundversorgung bei Draco. In der Folge letzte Woche ging es um das Thema Impfen und in welchen Fällen ich denn diese ärztliche Tätigkeit übernehmen kann. Heute wird es mal wieder um das Thema Wunde gehen und zwar chronische Wunde nach Corona. Ist denn da jetzt irgendwas anders? Das kann nämlich gut möglich sein, denn in den letzten Wochen hatten unsere Patienten und natürlich auch wir mit unheimlich vielen Einschränkungen zu kämpfen. Nehmen wir zum Beispiel unsere Patienten mit dem Ulcus cruris. Den Patienten empfehlen wir eigentlich immer, dass sie sich viel bewegen sollen, weil das gut ist für die Entstauung, Bewegung ist gut für die Venen. Tja, dann kam Corona und unsere Patienten sollten zu Hause bleiben. Natürlich kann man auch da Sport machen, man kann auch da Venensportübungen machen, aber da hat natürlich auch nicht jeder Lust zu. Und vielen Patienten fehlte in den letzten Wochen einfach die Bewegung. Eine andere Patientengruppe, die auch mit unheimlichen Einschränkungen zu kämpfen hatte, waren unsere Patienten mit den diabetischen Füßen. Diese müssen regelmäßig Termine beim Diabetologen bei unterschiedlichen Ärzten wahrnehmen, die vielleicht eingeschränkte Öffnungszeiten hatten. Ein anderer Punkt ist, dass sie nicht wie gewohnt ihre Termine zur medizinischen Fußpflege wahrnehmen konnten, da die ja in den letzten Wochen gar nicht arbeiten durften. Nach und nach gab es Lockerungen und die Patienten können jetzt wieder zu diesen Terminen gehen. Aber es ist vielleicht im Moment noch gar nicht so einfach, wenn alle gleichzeitig Termine haben wollen, einzubekommen. Und es gibt natürlich auch immer wieder noch Patienten, die Unsicherheiten haben und sich vielleicht immer noch nicht so richtig vor die Tür trauen. Umso wichtiger ist es für uns, dass wir bei diesem Patienten beratend zur Seite stehen, ihnen erklären, welche Termine man durchaus wieder wahrnehmen kann und ihnen auch sagen, wie wichtig es ist, diese Termine wahrzunehmen. Wir sollten nichtsdestotrotz bei jedem Termin weiterhin immer die Füße anschauen, ganz genau den Patienten auch sensibilisieren auf seine Füße und ihm klar machen, wie wichtig das ist. Gerade wenn eben die Termine noch nicht so normal wieder wahrgenommen werden können, wie wir das eigentlich gewohnt sind. Ein anderes Problem, was es in den letzten Wochen vielleicht auch gegeben haben kann, war die Regelmäßigkeit der Wundversorgung. Eben weil Praxen nicht so geöffnet hatten wie sonst oder der Pflegedienst vielleicht auch nicht mehr so regelmäßig kam, wie das ursprünglich der Fall war. Die Konsequenz war, dass einige Patienten ihre Wunden selbst versorgt haben oder durch Angehörige haben versorgen lassen. Was prinzipiell natürlich kein Problem ist, aber zu Hause herrschen ganz andere hygienische Bedingungen. Das heißt, wir müssen jetzt, wenn die Patienten wieder zu uns in die Praxis kommen oder wir vermehrt wieder Hausbesuche machen können, noch genauer auf Entzündungszeichen zum Beispiel bei unseren Patienten achten. Bei der Versorgung von chronischen Wunden jetzt nach der Zeit mit und nach Corona gibt es eben ein paar Punkte, auf die wir achten müssen. Die aufgrund der Einschränkungen innerhalb der letzten Wochen vielleicht nicht so gegeben waren, wie wir es gewohnt waren. Zum einen haben unsere Patienten eventuell in den letzten Wochen ziemlichen Bewegungsmangel gehabt, weil sie nicht vor die Tür gehen konnten. Sie hatten auch nicht die Möglichkeit, ihre Termine wie gewohnt wahrzunehmen, weil die Praxen vielleicht geschlossen hatten oder Fußpfleger nicht arbeiten durfte. Und viele Patienten haben ihre Versorgung eben auch zu Hause selbstständig durchgeführt, was gegebenenfalls zu einer Kontamination der Wunde geführt haben kann und wir jetzt vermehrt auf Entzündungszeichen achten müssen. Vielen Dank, dass Sie auch heute wieder zu unserem Video eingeschaltet haben. Sollten Sie Ideen haben für kommende Videos und Vorschläge, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail an unsere E-Mail-Adresse videoblog.draco.de oder nutzen Sie die Kommentarfunktion unter diesem Video. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch in einem unserer nächsten Videos wieder einschalten würden. Vielen Dank und bis bald!